Und damit, hallo meine Pokéfreunde und Pokenenten, wir spielen heute Pokémon GO. Ich kann es gerade nicht zeigen. Ich habe gerade Schwierigkeiten. Der Meister-Pokémon-Trainer. Bitte benennen dich diesmal wieder. Ne, Meister-Pokémon-Trainer. Mein Handy spackt gerade rum wegen der Aufnahme. Natürlich bin ich auch dabei, Leute. So, jetzt geht's. Okay. So, dann gehen wir hier unten, das zinsieren wir mal wieder. Ach so. Und wir benutzen gerade meine Kamera. Hier kannst du es ein bisschen zeigen, während ich hier alles einstelle. Ich benutze gerade meine Kamera. Wir haben gerade angefangen, hatten eine Fail-Aufnahme, weil Marvin nur Quatsch gemacht hat. Er hat die ganze Zeit auf meinen Mund gezielt, weil mein Mund ist natürlich sehr schön. Ja, tschüss. Wir haben hier einen Beerser Samen gefangen. Also ich habe einen Beerser Samen als Schalter gewählt. Am Anfang konnte ich euch leider nichts zeigen. Könnt ihr bei anderen Leuten nichts machen. Ja, was? Das hätten wir auch nicht. Ja, meine Kamera bei den nächsten. Das ist Biseser Samen natürlich. Natürlich Mike. Du bist so wie bei mir, wie ich es bei dir gemacht habe. Ja, so. Mike Biseser Samen, weil das bin ich. Ich muss mich nämlich selbst fangen. Und mein Trainer bin ich selbst. Und dann sind wir hier im Spiel. Der Ton ist gerade ausgefallen. Ah, naja. Ich fühle ein bisschen hinzu oder so. Keine Ahnung. Glückwunsch ist ein erstes Pokémon gefangen. Du bist ein begabter Trainer, wie ich es weiß. Wie soll ich dich nennen? Du sollst mich so nennen wie mein Pokémon. Ey, ich heiße... Pipikaka. Nein. Pipikaka-See. Pipikaka. Pisasam. Zack. So wie der YouTube. Bist du sicher? Ja. Ah, ein toller Spitznamen auf dem Indexkreis. Ah, PokéStops. Da kriegt man so Items und alles. Dann... Ja, ich weiß. Und los geht's. Go! Er hätte ich jetzt nicht gedacht. Tiger, man bewegt dich in der echten Welt um. Oh, Pokémon ist hier draußen. Irgendwo. Ich hab's gehört. Oh, ein... Ein Horn-Ju. Tiger. Willkommen, wir bewegen uns ein bisschen. Äh. Komm. Bam. Wir fahren, komm, bewegen uns. Ich hab hier einen Horn-Ju. Komm, bleib im Ball. Bleib im Ball. Und? Yeah. Nein. Ähm, da kannst du mal nachziehen. Da ist die Pokéball. Da können wir mal hin. Aber das nur in der Arena. Von daher bringen wir uns das. Eher wenig. Ich muss beim Autofahren. Ich schweiß immer, Pokémon. Ich hab beim Autofahren... Level auf steht. Level 2. Wär's gedacht. Hier ist die Arena. Da können wir aber nicht hin. Weil wir Knubi sind. Mein Handy lag. Da ist gerade etwas rum. Weiß nicht wieso. Ich denke mal, sollen wir einen kleinen Cut machen. Und die Lags beheben. Die Lags beheben? Soll ich die Aufnahme stoppen? Wir machen einen kleinen Cut. Ja, du kommst. Deine Aufnahme cut machen. Neu nach. Ne, wir machen die Aufnahme nicht neu. Ich hab nicht neu gesagt. Mal einen kleinen Cut. Mal einen kleinen Cut machen. Mal einen kleinen Cut machen. Mal einen kleinen Cut machen. Aber das macht noch nichts, oder? Ich kann die auch leider jetzt gerade nicht beheben. Aber jetzt haben wir wenigstens wieder Musik. Wo steht denn da? Wir gehen weiter. Ich mach die Kamera nicht scheiße, sonst gibt's Popo-Klatsch. Mike, du kannst mir nicht Popo-Schlag machen. Dorthin? Ich bin größer als du. Oh, ich hab meine Nachricht auf mein Handy. Kleines, ja. Man muss aber auf mich zielen, Alter. Okay. Warte. Wir müssen nur wieder mal die Umgebung zeigen. Ui! Was steht denn da? Wo brauchen wir mal noch? Sag mal drauf. Brot macht Enzen dick und krank. Das stimmt gar nicht. Ne, das stimmt gar nicht. Doch, das stimmt. Ach, stimmt das? Interessiert mich nicht. Okay, wir wollen unser Brot loswerden. Und zwar gehen wir dafür, dass dann den Enten, weil wir es können. Die Enten essen eh alle Brot. Ein Schaf, Pokémon! Ein blaues Schaf. Vielleicht ist es Shiny. Pokémon, go! Ich bin gerade in Scheiße getreten. Das sind Kinder, die dürfen wir nicht filmen. Aber du musst auch aufpassen dafür. Nicht immer mal in den Hinterkopf. Ich muss auch manchmal euch zeigen. Soll ich mal keine Aufnahme machen, wenn das so. Ja, aber... Genau. Denn ich kann das nicht selber, weil ich kann nicht so zeigen, dass das... Das kann ich einfach nicht. Ich bin zu nubig dafür, glaube ich. Ja. Er ist zu nubig dafür. Hier. Wir sind gleich da im Pokéstoppie. Musik ist wieder ausgefallen. Ja, komm! Hier, hier! Hier! Ein Pokémon! Hier ist ein Pokémon! Ein zweites Hornio! Oh! Fand ich mir jetzt. Weiter! Hupser! Hupser! Ein Hornio! Hupser! AR-Modus. Hupser! Wo ist es? Es ist... AR funktioniert bei mir einfach nicht. Ich weiß nicht, warum das liegt. Es funktioniert einfach nicht bei mir. Ist aber noch nicht so schlimm, denn wir haben es. Habe ich mal. Hast du gerade endlich das? Nein, habe ich nicht. Hey! Ich will dich fangen! Pokémon Girl! Lol. Pokémon Trainer, wir können es halt. Wir machen immer so steile Fisaten. Da, wir sind beim Pokéstoppie. Sehr stylisch. Hinter... Hippage... Ach, das ist das Teil. Das ist das Teil. Das ist das Teil. Drei Pokébälle erhalten. Geil! So viel genug wie ich brauche ich die. Bin nicht so gut, die Pokébälle durchschmeißen. Es ist ein Älchen manchmal rum bei diesem Ding. Aber darf ich mich auch nicht... Upser! Hupser! 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 Boom! 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 Ne, komm! Wir wollen keinen Scheiß machen. Das war eine ganz ernsthafte Folge, kuchen und go! So, Marvel, mach das nicht mehr in Deutschland, sondern, sei mal recht, ich hab's auch ganz normal. Ganz normal. Super. Ja, geh doch nicht da hin. Du sollst nicht direkt hin. Mann, mach jetzt keine Scheiße. Nein, ich wollte um dich rum, aber du hast ja meinen Weg versperrt. Okay. Hui. Ich glaube, wo hier ein Pokestock ist in der Nähe. In der Arena. In der Nähe der Arena ist einer. Gut, dann gehen wir wieder zurück und ich setz mal einen Rauch ein. Ich bin nicht so nah dran. Rauch. Ein wohlriechender Rauch, der 30 Minuten lang wilde Pokémon zu dir lockt. Jupp. Also, ich hatte das schon mal gespielt. Ich war Level 7, aber ich bin wenigstens abgestürzt. Jetzt muss ich neue machen. Aber es macht nichts. Ich hatte eh nur wenige Pokémon. Wenige. Ich hab letztens so Zorn gesehen. Da reden wir gleich drüber. Ich hab grad einen Radfratz. Nee. Nein. Nidoran. Männlich. Total männlich, wie ihr seht. Ich hab's. Nidoran weiblich. Nidoran weiblich. Nidoran weiblich. Brauch ich. Wir können uns fahren. Nee, hier hoch geht's nicht. Wir gehen da lang. Okay. Wir gehen nach oben. Da, wo wir angefangen haben. Also ganz angefangen haben. Und Pokedex speichert. Neues Pokémon. WP 30. Gar nicht mal so schlecht. Okay. Am besten ist das 200, glaub ich. 200? Ein bisschen schneller. Reporter, komm, geben Sie, geben Sie. Oh, Autogramm. Ja, Autogramm. Besser YouTuber ever. Alter, Autogramm. 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 Verfolg den YouTuber. Ihr wisst einfach. Ja, da, da. Verfolg den. Okay, okay. Was sagen Sie über das neueste Video von Ihnen? Also, das neueste Video? Ich find, das ist sehr scheiße. Aber ich mag's denn. Es hat 20 Millionen Dislikes. Ich mag meine Videos. Aber die sind... Ähm, wie soll ich sagen? Äh, die sind irgendwie... Ich brauch mehr andere Leute meine Videos. In letzter Zeit hab ich wenig. Möchte ich mal wieder. In der Nähe steht, das ist ein Blutzuck. Hier, warte, zeig's euch. Blutzuck und Raupi. Ich kenn die Silhouetten. Aber irgendwie find ich die nicht. Dein neuestes Video hat 20 Millionen Dislikes. Und ein Like. Deshalb mach ich auch keine Kanalverstellungen mehr. Weil es... Weil das die meisten nicht mehr wollen. Ja. Ja. Und das einfach so schlecht bewertet wird. Ich hab doch keinen Bock mehr drauf. Es war so einfach zu machen. Äh, ja. Selbst mit Musik hat da keiner Bock drauf. Für meinen auch nicht mehr hab ich Bock zu machen. Aber Pokémon Go, das werdet ihr auf jeden Fall weitermachen. Weil... Und wenn es trotzdem schlechte Bewertungen hat... Nächste Folge werden wir, denk ich mal, in die Stadt gehen. Denk ich mal. Wenn es schlechte Bewertungen hat, dann wahrscheinlich nur mit den Hatern. Achso, aber wenn auch... Wenn es aber auch andere Leute sind, die es schlecht finden. Welche denn? Ja, wie zum Beispiel da so... Ja. Abonnenten von dir. Die meisten sind Hater. So 90 Prozent. Ja, aber es gibt doch welche, die finden es nicht gut. Und es gibt mir auch einen Disclack. Alle Hater aus meiner Schule lieben mich alle, deshalb haten die mich. Ja. Sehr schön. Weil der Master an der School bist. Ja. Keine Ahnung. Die hassen mich alle aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß. Wüsste ich gern, damit ich den beheben könnte. Aber geht nicht. Sebs! Ich hab immer dieses Pech, dass Sebs gebrochen. Ich weiß den Grund, aber sage ich lieber nicht. Goldini! Ein Goldini in der Nähe. Wo ist es? Ich bin Goldini. Ähm, da dann. Mit diesem Pokéball-Stein. Ja, da hab ich mal ein Video angefangen. Genau. Also mein erstes ist jetzt. Mein anderes Video hab ich auch anders angefangen. Das war cool. Das Video kommt heute an den Tag. Wahrscheinlich so und verheißlich. Vielleicht abends, wenn ich Pech hab. Du musst ja auch Musik hinzufügen, damit es nicht so langweilig wird. Das ist übrigens eine Spinne. Die hätte ich so fast bewirrt. Aber die passt es nicht. Ist mir egal. Ja, merk ich schon. Folge, haben wir leider nicht so viele Pokéballen. Aber ich hab euch ein bisschen das Prinzip gesagt. Ich kann euch mal ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar gibt es hier auch Pokéballen ganz klar. Die Kamera hat man ganz am Anfang gespielt. Da kannst du AR-Mode anschalten. Eine Ei-Brutmaschine. Wenn man ein Ei findet, das kann man auch in Pokosops finden. Dann kannst du es da reinlegen und dann musst du ein bisschen fünf Kilometer so gehen. Ich schaff, zehn Kilometer auch. Ja, das erste Ei ist immer zwei Kilometer. Dann kommen immer die Fünfer, dann kommen die Zehner. Nee, es gibt auch Dreier. Dreier? Ja, stimmt. Aber die zwei sind ja alle ersten, die du bekommst. Oh, in mir ist ein Honju. Ich werde auch die nächsten Paar Rauch kaufen und so. Mit Pokécoins. Nein, ich will nicht zur Arena schauen. Ja, ich weiß, dass es in der Arena ist, da kann ich nicht hin. Das ist Honju. Alter, nur Honju. Ja, daneben. Los. Ja. Gut. Während des Skills kann ich dich gut fangen. Könnte ich so nur mich führen. So, komm mal her. Kann man für Autospeed gehen? Natürlich. Autospeed. So wie deine Freunde. Da oben sind Assis. Was ist denn Assis da oben? Da oben sind Assis. Schau mal, auf der anderen Seite dieses Baums nach. Ja. Okay. Und dann sag mir deine Meinung. Was ist denn hier? Da oben. Was hältst du davon? Lol. Hat sich das alles gesehen? Aber hab ich mir so gedacht, ja, freut sich, dass du das Pop und Bauch spielst. Alles bei einem Account-Wettgang. Okay, das war ein Tag Spitzhaber, ne? Da war ich noch hier im Wald. Ich hab das Glück. Ich hab hier hinten so ein Schigi gefunden am Anfang. Ja. Dann sag mir mal deine Meinung. Das ist mein Spiel. Ich hab überall getippt. Nichts ist passiert. Ich konnte nur die Kamera bewegen. Dann ist das Spiel gecrashed. Dann bin ich reingegangen. Ganz schnell. So, los, los. Du schaffst es. Der Schigi, der kann doch da sein. Und jetzt bin ich traurig, dass kein Schigi immer da ist. Ja, ich hab ein Schigi irgendwie umwander. Oh. Schau mal, lass da ran. Ja, bitte. Das ist Taubsi. Da ist ein Taubsi. Komm. Komm. Ich komm. Okay, er rennt weg. Er rennt von mir weg. Okay. Jetzt Feuer aus Puste. Ja, da. Schau mal da. Ja, was ist denn da? Ein Taubsi. Boah. Ich will nix. In Düsselgur. Sieht aus dem Düsselgur. Wo ist denn das? Weg. 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 Kommen dann? Tja sein. Wahnsinn. grounds. Ja. Tschüss. Tschüss.